Ey Leute, wisst ihr schon, dass heute ein Spiel von Nintendo Switch ist, ja? Let's go Pikachu, let's go Eevee. Komm, erinnert mich hier an Pokémon Go, der Epsdorf. Ja, das ist Konstantin. Hi. Ja, hi. Ohne Holm. Ohne Holm. Ja, fein. Ja, okay, wir sind jetzt, wir stehen jetzt bei der Steilküste und wir fahren, ich fahre jetzt mit dem Einrad hier, bis Ende bei der Steilküste. Ah, jetzt. Auch das darf halt schon der Sprenger. Oh, Jungs, wir können hier vorne da weggehen. Das wird jetzt nicht dafür gehen. Ach, sie möchten fliegen, ne? Ich glaube, er möchte fliegen hier. Wie der andere da vorne. Boah, ich weiß hier, die Sonne stört. Ja, komm, lauf weiter. Hä? Lauf weiter. Ja, warte mal. Ja, der Mann hat gesagt, hier irgendwie, wir müssen jetzt ein Stück wegzugehen. Weil, das kann man, weil wir fliegen. Guck mal, hier eine andere. Ja. So, geht's los. Ja, wenn man die Pedalen hier nicht rumdrehen kann. Hallo. Hallo, kann ich nicht fahren, oder was? Kommt doch mal wieder hin. Alter. Nia, fliegt. Kommt doch mal wieder hin. Nia, fliegt. Ja, wieso rutsch nicht ab? Oh mein Gott, wieder hin. Yes. Ja. Na, beeil dich. Okay, da vorne sind Hunde. Endlich bin ich allen abgestiegen. Ich bin nur abgerutscht. Ich weiß nicht warum. Das war aus darker Wind. Boah, die sehr bekannte ist hier. Das war aus. Das war aus. Steine. Oh, oh, oh. Abgerutscht von Steine. Ja, Konstantin ist nicht zu finden. Hallo? Konstantin, wo bist du? Konstantin! Wo bist du? Holm, 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 holm. Skippst du? Ajo! 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 Ach, da vorne! Ich ruf ihn mal. Konstantin! Komm! Konstantin, komm! Ab, ab! Ja, gleich kommt er. So, wie hoch er ist hier? What the fuck? Skol, what the fuck? Woah. Ich hab so rutschig ab hier, obwohl hier ein Buckel ist. Das ist hier wie ein Rutschparty. Oh man, die Steine stören. Hau, oh man. Ja, ich weiss ja schon, dass die Sonne stört. Ja, wir sind jetzt beim Wald. Da ist es jetzt ein bisschen angenehmer. Ja, wie geil, guck mal wie ich ein Rad fahre. So fährt man ein Einrad. Ja, hier ist der Wald. Ja, okay, tschau Leute. Er ist schon aufgestiegen. Tschau, ich bin jetzt zurück. Ich fahre jetzt zurück bei Konstantin. Ja, und lass doch. Tschau. Wir sehen uns gleich beim Feld. 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 Wir sehen uns gleich beim Feld.